Wir möchten gerne die Schaltung hier auf der linken Seite berechnen, die hier Kondensatoren enthält, eine Spule, einen Widerstand und eine cosinusförmige Spannungsquelle. Aber wir tun jetzt einfach mal so, dass alles, was wir kennen, die allgemeinen Maxwell-Gleichungen sind, also das Durchflutungsgesetz, das Induktionsgesetz, Ladung als Quellen von elektrischen Feldern sowie die Quellenfreiheit von magnetischen Feldern mit den Materialgleichungen dazu. Und ich habe ja auch noch die Kontinuitätsgleichungen aufgeschrieben, also dass überall da, wo Ladungen mehr oder weniger werden, Ströme rein- oder rausfließen müssen. Die Frage ist jetzt, wenn wir die allgemeine Theorie hier haben, wie kommen wir damit zu einer vernünftigen Lösungsmethode für solche Schaltungen? Also es wird um die Frage gehen, wie wir zu Netzwerkgleichungen kommen und wann die gelten, was wir voraussetzen müssen dafür, dass wir hier Netzwerkgleichungen aufstellen können. Diese Netzwerkgleichungen werden uns dann auf Differenzialgleichungen führen, die wir lösen müssen. Da schauen wir uns die Lösungstheorie zu an, wann wir eine Lösung erwarten können und wann die eindeutig ist. Und abschließend werden wir von der Differenzialgleichungslösung in den Phasorbereich gehen oder in den Bereich der komplexen Wechselstromrechnung, um wirklich ein effizientes Verfahren kennenzulernen, um solche Schaltungen zu berechnen. Und das Ziel dieser Videoreihe soll sein, alle Schritte genau zu argumentieren, dass keine Lücken bleiben, dass wir also quasi von den Maxwell-Gleichungen, natürlich nicht ganz mathematisch exakt, aber zumindest ohne größere Lücken in der Argumentationskette zu den, zur komplexen Wechselstromrechnung kommen. So, dann fangen wir mal an, uns so ein Netzwerk anzuschauen und uns zu überlegen, was denn alles so gelten muss, damit wir irgendwie die Netzwerkgleichungen, die wir schon aus der Gleichstromtechnik kennen, weiterverwenden oder aufstellen können. Und das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir irgendwie langsame Veränderungen wollen. Wobei wir uns noch anschauen, was wir mit langsam meinen. Also als Beispiel, ein einfaches Netzwerk haben eine Spannungsquelle und einen Widerstand, den male ich jetzt mal absichtlich auch ein bisschen länger. Und da soll dann zum Beispiel ein Kondensator am Ende angeschlossen sein. Und jetzt stellen wir uns vor, dass das hier eine Sinusspannungsquelle ist und die Sinusspannungsquelle wird irgendwann eingeschaltet. Und aus der Relativitätstheorie wissen wir, dass nun sich beliebige Signale in der Physik nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Das heißt, es wird nicht instantan von hier zum Kondensator rüber eine Spannung plötzlich da sein, sondern wird der Sinus hier anfangen zu schwingen und das ist erst 0 und wird dann etwas größer und zu einem bestimmten Zeitpunkt t ist es vielleicht so, dass der Sinus jetzt gerade hier angefangen, angekommen ist und dass wir hier im räumlichen Verlauf zu einem bestimmten Zeitpunkt t so eine Sinuswelle haben für die Spannung u von t. Wobei wir Spannungen jetzt einfach mal zum Beispiel meinen, hier an verschiedenen Punkten zur Masse runter das Wegintegral e mal ds, jeweils vom Punkt 1 hier oben zum Punkt 2 hier unten ausgeführt für verschiedene Punkte. Dann schauen wir uns an, was das ergibt und das nennen wir jetzt einfach mal Spannung. und wenn wir einen sehr schnell veränderlichen Sinus haben, dann wird es möglicherweise so aussehen, dass der Sinus gerade, die Schwingung gerade erst hier angekommen ist, aber in der Zeit schon wieder an den anderen Stellen so weit geschwungen ist, dass wir gar nicht eine konstante Spannung überall über diesem Bauteil haben. Und zu diesem Zeitpunkt möglicherweise über dem Kondensator hier einfach noch gar nichts passiert ist, weil der Impuls hier noch gar nicht angekommen ist. Sowas wäre natürlich schlecht. Da können wir sofort sehen, dass wir da mit Netzwerkgleichung nicht mehr so viel anfangen können, weil wir einfach gar nicht feste Spannung irgendwo im Netzwerk haben, sondern sich alles räumlich komplett verändert und wir gar keine richtigen Spannungen mehr über Bauteilen definieren können, weil wenn wir uns zum Beispiel die Spannung hier über den Widerstand müsste ja das gleiche sein wie die Spannung minus die Spannung, aber wenn diese beiden Spannungen hier in unterschiedlichen Zuständen der Sinusschwingung sind, weil das dort Bauteil ausgedehnt ist, werden wir da mit Spannung und Strom nicht mehr viel weiter kommen in der Argumentation. Das heißt, es wäre gut, wenn alle Abmessungen unserer Schaltung sehr viel kleiner ist als die Wellenlänge des betrachteten Signals. Also sowas wäre hier schlecht. Da ist der Widerstand ja ungefähr so lang wie eine halbe Wellenlänge. Damit kann man auf jeden Fall nicht mehr mit Netzwerktheorie arbeiten. Aber was heißt das so konkret? Zum Beispiel eine Frequenz von 1 Gigahertz, also Größenordnung Mobilfunk. Da haben wir eine Wellenlänge, kann man ausrechnen, von 30 Zentimetern. Das heißt, da sind wir schon im Bereich, wo eigentlich nur wenige Millimeter große Schaltungen überhaupt noch komplett im Netzwerktheoretisch behandelt werden können. Aber wenn wir zu deutlich kleineren Frequenzen hingehen, sowas wie 10 Megahertz, da hätten wir denn, das wäre jetzt noch langsamer als zum Beispiel Radiorundfunk, da hätten wir jetzt eine Wellenlänge von 30 Metern. Und da können wir eigentlich schon davon ausgehen, dass wir normalerweise alle unsere Schaltungen mit Netzwerktheorie behandeln können. Das Zweite, was wir uns anschauen können, ist, dass unsere Netzwerkelemente, dass wir die vernünftig beschreiben können und dass wir keine Wellenausbreitung bekommen. Zum Beispiel kann man sich hier einen Kondensator anschauen und wenn man da die Gleichung für den Kondensator hernimmt, dann macht man das normalerweise so, dass man einfach ein elektrostatisches Problem sich anschaut. Also wir betrachten hier ein paar Ladungen auf dem Kondensator, ein elektrisches Feld. Und nun ist es aber so, wenn hier in der Zuleitung des Kondensators ein Strom I von T fließt, dass diese Ladungsansammlung sich natürlich erhöht und dadurch das elektrische Feld im Kondensator größer wird. Und wir wissen mit dem Durchflutungsgesetz, wenn das elektrische Feld im Kondensator sich erhöht, dann muss es da auch ein ringförmiges Magnetfeld geben. Also wir bekommen jetzt sozusagen ein ringförmiges Magnetfeld um unser steigendes elektrisches Feld im Kondensator. Und das ist jetzt erstmal auch vollkommen okay. Aber jetzt müssten wir natürlich eigentlich uns wieder anschauen, dass wenn sich das alles zeitlich ändert, das Magnetfeld ja auch eine zeitliche Änderung hat. Und dann haben wir hier wieder das Induktionsgesetz, das uns sagt, dass zeitlich ändert eine Magnetfelder von geschlossenen elektrischen Feld, die ihnen umgeben sind. Und da müsste man jetzt wieder sich dann anschauen, dass es sozusagen jetzt hier möglicherweise elektrische Wirbelfelder wieder gibt in dem Kondensator. Und die hat man ja bei der Herleitung des Kondensators eigentlich vernachlässigt. Und das kann halt dazu führen, dass wenn man jetzt die vollständige Betrachtung mit dd nach dt und db nach dt macht, dass man dann Wellenausbreitung aus dem Kondensator rausbekommen würde. Und Wellenausbreitung soll nicht in unserem Netzwerkmodell enthalten sein. Genauso wäre das bei einer Spule. Unsere Spule ist von einem Magnetfeld so durchflossen, dass von dem Strom erzeugt wird. Und wenn der Strom sich jetzt auch wieder zeitlich ändert und nicht mehr konstant ist, ist das Magnetfeld natürlich auch nicht konstant. Und das heißt, dass dieses Magnetfeld natürlich ein elektrisches Wirbelfeld induziert. Also wir kriegen hier irgendwie ein elektrisches Wirbelfeld. Das ist ja auch noch okay. Das ist ja vom Induktionsgesetz abgedeckt. Und das wollen wir ja auch gerade, dass in der Spule jetzt hier eine Spannung induziert wird. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Aber hier ist es natürlich auch wieder so, dass wir entsprechend, wenn wir elektrische Felder haben, auch wieder magnetische Felder bekommen. Und dann könnte man sich überlegen, ob möglicherweise diese elektrischen Felder wieder von magnetischen Wirbelfeldern umgeben sind. Und das hatten wir ja in der Herleitung auch wieder vernachlässigt. Noch hier könnte eine Kopplung zwischen e und b dazu führen, dass wir Wellenausbreitung haben. Und das ist in unserem Modell einfach nicht berücksichtigt. Und das ist ein zweiter Punkt, was eigentlich auch unter langsame Veränderungen fällt. Denn wenn die Veränderungen langsam sind, dann können wir eigentlich immer beim Kondensator vernachlässigen, dass es hier wieder sekundäre Effekte in den Wirbelfeldern gibt. Und bei der Spule ist es dann genauso, dass wir die sekundären Effekte vernachlässigen können, wenn sich alle Sachen langsam verändern. Also was wir jetzt haben ist, unsere Schaltungen müssen klein sein im Verhältnis zur Wellenlänge. Unsere Bauelemente sollen nicht abstrahlen. Und das nächste, was wir uns anschauen, ist, wie wir denn so zu unseren Netzwerkgleichungen kommen. Und zwar können wir dazu die Max-Vergleichung, also die Induktionsgesetz-Max-Vergleichung betrachten. Das Ringintegrale EDS ist das Flächenintegrale über die Änderung des B-Feldes. Und das sieht natürlich erstmal nicht so gut aus, denn das sieht so aus, als wäre unsere Maschenregel kaputt. Denn für die Maschenregel waren wir in der Elektrostatik- oder im Gleichstromfall auch davon ausgegangen, dass das Ringintegrale EDS immer Null ist. Und daraus konnten wir schließen, dass die Summe der Spannung in einer Masche immer Null ist. Das wäre natürlich jetzt erstmal nicht mehr der Fall. Aber im Rahmen der Netzwerktheorie machen wir die Näherung, dass alle B-Feldänderungen, die wir so haben, die sollen in Induktivitäten konzentriert sein und nicht im Außenraum auftreten. Und diese Induktivitäten, da haben wir dann eine Spannung U und einen Strom I. Die beschreiben wir dann darüber, dass wir sagen, diese Spannung, das ist ja dann eine induzierte Spannung, ist die Phi nach dt. In dem Fall fällt das Minus hier weg, aufgrund einer bestimmten Wahl des Bezugsfeilssystems, auf das ich jetzt hier nicht näher eingehe. Und das ist dann L mal Di nach dt, weil der magnetische Fluss ja L mal I ist. Damit haben wir also eine Differenzialgleichung, die dieses Bauteil beschreibt. Und in diesem Bauteil sind alle Magnetfeldänderungen konzentriert. Und außerhalb dieser Bauteile soll weiterhin Ringintegral e mal ds gleich Null gelten. Das hatte ich ja auch schon mal diskutiert, dass wir da einfach zusammenhängende Gebiete brauchen und dann weiterhin die Existenz einer Spannung, die ja eindeutig ist, voraussetzen können. Das zweite, was wir uns anschauen können, deswegen hatte ich es auch schon mal hingeschrieben, ist die Kontinuitätsgleichung. Die besagt, wenn durch die geschlossene Hüllfläche eines Volumens ein Strom tritt, muss das zwangsläufig damit einhergehen, dass in diesem Volumen die Ladungsmenge abnimmt. Und das sieht jetzt danach aus, als wäre unsere Knotenregel kaputt. Denn zu Gleichstromzeiten stand hier natürlich Null, weil es kein d nach dt gab. Und damit war das Hüllflächenintegral über Jda immer Null. Und das hieß, dass alle Ströme, die irgendwo reinfließen, auch gleichzeitig da auch wieder rausfließen müssen. Aber hier können wir das im Grunde genauso machen, wie wir das hier bei den Induktivitäten gemacht haben, dass wir annehmen wollen, dass alle Ansammlungen von Ladungsmengen, also unser dRoh nach dt, sei in Kondensatoren konzentriert. Und hier können wir auch für U und I dann eine Gleichung aufstellen, nämlich hier ist I von T gleich zeitliche Änderung des elektrischen Flusses Psi. Und das war C mal Du nach dt. Und außerhalb dessen soll dieses Hüllflächenintegral J mal dA immer Null sein. Das heißt zum Beispiel, dass wenn wir eine Leitung haben und in den Leitungen gibt es dann eine Verzweigung, dass wir hier niemals Ladungsansammlungen in unseren idealisierten Leitungen bekommen. wollen, wenn wir das sicherstellen können, hängt wieder damit zusammen, dass unsere zeitlichen Änderungen nicht allzu groß sein sollen, dann können wir alle Ladungsansammlungen in unseren Kondensator rein konzentrieren und außerhalb wieder so arbeiten. Und damit haben wir unsere Regeln gerettet. Wir können also weiterhin eine Maschenregel angeben, dass die Summe über alle Spannungen UK von T in einer geschlossenen Masche Null sind, wenn man sie vorzeichenrichtig addiert. Das gilt für alle Maschen. Und entsprechend die Knotenregel, dass bei einem Knoten die Summe aller Ströme IK von T auch zu jedem Zeitpunkt Null ist. Das soll für alle Knoten gelten. Damit haben wir jetzt unsere kirchhoffschen Regeln auch in der Wechselstromrichtung. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt zeitliche Veränderungen haben, können wir sagen, solange wir die zeitlichen Änderungseffekte bei Induktion und bei Ladungsansammlungen in Spulen und Kondensatoren konzentrieren und außerhalb sagen, dass es sowas nicht gibt, können wir weiterhin Maschen- und Knotenregeln ganz normal aufstellen. Und als vierten Punkt können wir uns noch anschauen, was ist denn, wenn jetzt unsere Annahmen nicht mehr ganz so exakt gelten. Also wie können wir uns trotzdem noch retten? Da geht es dann um sogenannte parasitäre Effekte. Wenn wir uns zum Beispiel einen Kondensator anschauen, der hier ein Dielektrikum drin hat, dann wird es ja so sein, wenn man diesen Kondensator mit einer Wechselspannung beaufschlagt, dass hier periodisch immer Ladungen rauffließen und wieder abfließen und wieder rauffließen und wieder abfließen und hier ein periodisches Feld entsteht und natürlich gleichzeitig auch Magnetfelder, in den Zuleitungen und auch hier im Kondensator nach Durchflutungsgesetz. Und wir haben hier elektrische Felder, die sich je nach Polung des Kondensators von oben nach unten oder von oben nach oben sinusförmig verändern. Und wenn das hier ein Dielektrikum ist, wird das natürlich ständig umpolarisiert und dabei können die elektrische Verluste auftreten und sowas können wir zum Beispiel abbilden, indem wir unseren Kondensator nicht in einem idealen Bauelement beschreiben, sondern für die die elektrischen Verluste noch einen ohmschen Widerstand oben drüber setzen, der jetzt hier die Verluste beschreibt, die im Dielektrikum auftreten. Und wie wir schon gesehen haben, gibt es hier auch immer Magnetfelder. Das heißt, so ein bisschen Induktion müssen wir auch mit berücksichtigen, sowohl für die Zuleitung als auch für den Innenraum. Und das kann man dadurch beschreiben, dass man für die Zuleitung hier noch eine einfache Induktivität mit reinsetzt. Und diese konkreten Bauteilwerte könnte man für ein gegebenes Bauteil messtechnisch bestimmen. Also da gibt es spezielle sogenannte RLC-Meter für, die in der Lage sind, diese Parameter, die man braucht, um den Kondensator, der jetzt nicht perfekt ideal ist, besser netzwerktheoretisch beschreiben zu können. Und das Ganze gilt auch für Spulen und für Widerstände und für Leiterbahnen, wo man entsprechend konzentrierte Ersatzschaltbilder für aufstellt und damit relativ gut eine Näherung hinbekommt und trotzdem noch vollkommen netzwerktheoretisch rechnen kann, ohne die kompletten Max-Vergleichungen lösen zu müssen.